Hallo liebe Goldsucher, heute stelle ich Ihnen das Unternehmen Votun vor, einen führenden Entwickler von Web3 APIs, der die Erstellung von Blockchain-Anwendungen vereinfacht. Laut dem Developer-Report arbeiten von den 27 Millionen Entwicklern weltweit nur 20.000 mit Blockchain. Das sind gerade einmal 0,07%. Es ist offensichtlich, dass die Branche einen akuten Mangel an Fachkräften erlebt. Um in die Web3-Entwicklung einzusteigen, müssen Entwickler eine völlig neue technische Grundlage lernen, verglichen mit dem Ihnen vertrauten Web2. Sie müssen verstehen, wie Blockchain-Netzwerke funktionieren, Konsensprotokolle, die Arbeit von Validatoren, neue Programmiersprachen, Smart Contracts, Kryptowallets, Gas und Gebühren, Token, Kryptowährungen, Standards wie ERC und vieles mehr. Zugegeben, die Liste ist beeindruckend. Die Plattform Votun bietet eine Lösung in Form eines Sets von APIs und SDKs, die speziell entwickelt wurden, um diese Barriere zu überwinden. Mit ihrer Hilfe können Web3-Entwickler Anwendungen in den innenvertrauten Sprachen erstellen. Und es ist überhaupt nicht notwendig, sich tief in die technischen Details der Blockchain einzuarbeiten. Darüber hinaus bietet die Plattform vorgefertigte Vorlagen für gängige Web3-Fälle. Das umfasst Tokenisierung, NFT-Marktplätze, Rastodi-Wallets, Kryptozahlungs-Gateways, Spiele, Zertifikate, die Nachverfolgung von Lieferketen und viele andere. Sie können schnell eingerichtet und in nur wenigen Tagen gestartet werden. Dieser Ansatz von Votun ermöglicht es, Web2-Unternehmen schneller zu Web3-Technologien zu wechseln und einen Wettbewerbvorteil zu erlangen. Die Votun-Plattform ermöglicht es, alle notwendigen Werkzeuge zur Erstellung von D-Apps unter einem Dach zu vereinen. Dazu gehören REST-APIs, SDKs, Vorlagen sowie die Möglichkeit, beliebige unterstützende Dienste über das Partner-Ökosystem von Votun anzubinden. Das umfasst Börsen, Launchpads, Blockchain-Netzwerk-Provider, Integrationen, Custody-Services, AMMs, Liquiditätsprovider, Juristen, Marketing-Experten und andere. Ein wesentlicher Vorteil ist die Möglichkeit, gleichzeitig mit mehreren Blockchain-Netzwerken nach Wahl zu arbeiten, sowie eine schnelle Migration bei Bedarf. Ein wichtiger Teil des Votun-Ökosystems ist der Token VTN, der dazu bestimmt ist, Plattform-Teilnehmer zu motivieren und zu belohnen. Je mehr Unternehmen und Entwickler nützliche Projekte erstellen und ein Publikum anziehen, desto höher wird der Wert dieses Token sein. VTN ist als wirklich dezentralisiertes Asset konzipiert, das an kein spezifisches Blockchain-Netzwerk gebunden ist. Er dient als universelles Zahlungsmittel innerhalb der Votun-Gemeinschaft, die Entwickler, Dienstleister und Endbenutzer vereint. Entwickler erhalten VTN als Belohnung jedes Mal, wenn jemand ihre D-App nutzt. Ein Teil der Transaktionsgebühren wird direkt an sie ausgezahlt. Sie können auch ein passives Einkommen erzielen, indem sie Token im Staking platzieren. Auch Token-Inhaber profitieren 10% der Gebühren, gehen zum Rückkauf und verbrennen von VTN. Dies reduziert schrittweise das Angebot und erhöhten Wert der verbleibenden Münzen im Umlauf. Ein weiterer Teil wird als realer Zinsertrag unter den Investoren verteilt. So wird eine lebensfähige Token-Ökonomie konstruiert, an der sich zu Beteiligen für jeden vorteilhaft ist und jeder zur Entwicklung des Ökosystems beiträgt. Und je größer sie wird, desto größer ist der Nutzen für jeden ihrer Teilnehmer. Mit VTN kann man mühelos eine Vielzahl von verbreiteten Lösungen für Web3 erstellen. NFT-Marktplätze, anpassbare Plattformen zum Erstellen, Kaufen und Austauschen von Nicht-Vongiblen-Token, Spiele und Anwendungen mit Unterstützung für Kryptowährungsauszahlungen, Sammelkartenspiele, mobile Anwendungen, Spiele mit Belohnungen usw. Kastodi-Wallets und Kryptozahlungs-Gateways für den E-Commerce ermöglichen das Akzeptieren von Kryptowährungen in Online-Shops und vereinfachen das Einkaufserlebnis für Käufer. Lösungen zur Nachverfolgung von Lieferketten bitten Transparenz über die Herkunft von Waren mittels Blockchain-Technologie. Plattformen zur Tokenisierung verschiedener Vermögenswerte, Bonuspunkte, Geschenkgutscheine, Eintrittskarten, Eigentumsrechte usw. VTN ermöglicht auch die Bewältigung von Aufgaben in so innovativen Bereichen wie DeFi, Entwicklung basierend auf den Protokollen von Polkadot und Cosmos, Zero-Knowledge-Proofs sowie beim Aufbau eigener Blockchain-Netzwerke. Die Plattform bietet eine große Auswahl an APIs für die Arbeit mit diesen Technologien auf einem hohen technischen Niveau. Dank des Partner-Netzwerks von Votun haben Entwickler auch Zugang zu allen begleitenden Dienstleistungen, die für den vollständigen Start von D-Apps erforderlich sind. Dies reicht von rechtlicher und steuerlicher Beratung bis hin zu Sicherheits-, Audits- und der Platzierung an Börsen. Votun wird bereits von mehr als 150 Unternehmen genutzt, die von Web2 und Web3 wechseln. Unter den Kunden befinden sich viele bekannten Marken, die erfolgreich Blockchain-Lösungen mithilfe der Plattform implementiert haben. Von tokenisierten, Treu-Programmen, großer Tankstellenketten bis hin zu NFT-Marktplätzen für seltene Weine. Votun wurde mehrfach in der Industrie für seine Innovationen ausgezeichnet und als einer der Start-ups anerkannt, die die Entwicklung für Web3 vereinfachen. Insbesondere hat das Magazin Wired das Unternehmen in die Top 100 der heißesten europäischen Start-ups des Jahres 2022 aufgenommen. Forbes hat ebenfalls mehrfach über Votun als eines der vielversprechendsten und am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Spaniens berichtet. Das Team von Votun besteht aus erfahrenen Unternehmern, Managern, Entwicklern und Experten der Blockchain-Industrie. Zum Beispiel war der CEO Luis Cabajo zuvor Leiter der Technischen Abteilung von Amazon und arbeitete Seite an Seite mit Jeff Bevoz. Somit wird der Höhe, Professionalismus und das technologische Niveau der Plattform durch die ernsthafte Expertise des Teams gestützt. Zusammenfassend ermöglicht die Plattform Votun einen schnellen Übergang zu Web3 durch APIs, SDKs und fertige Vorlagen. Ergebnis? Verkürzung der Entwicklungszeit, Kostensenkung und die Eliminierung der Notwendigkeit, teure Blockchain-Entwickler einzustellen. Zudem bittet die Flexibilität und Robustheit durch die Unterstützung von Schlüsselnetzwerken und Standards. Bewerten Sie die Vorteile von Motun für Ihr Geschäft selbst, folgen Sie dem Link in der Beschreibung und registrieren Sie sich. Achten Sie auch auf die Social Media Kanäle des Projekts, dort können Sie die neuesten Nachrichten erfahren. Schreiben Sie in den Kommentaren, welche Anwendung Sie gerne auf Web3 erstellen würden. Und vergessen Sie nicht, Likes zu hinterlassen. Und das war Lehm mit euch. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.